Deutsche kämpften auf beiden Seiten des amerikanischen Revolutionskrieges. Während der amerikanischen Revolution heurte Großbritannien etwa 30.000 Hessen an, um auf der anderen Seite des Atlantiks zu kämpfen. Diese Männer kamen aus Hessen, Kassel, wo die Kriegsführung zum Beruf wurde. Das Leben in der hessischen Armee war hart. Das System zielt darauf ab, all seine Disziplinen einzuflößen. Nur Bestrafungen konnten brutal sein. Dennoch war die Moral am Allgemeinen hoch, so Dr. David Head. Die Brutalität dieser Soldaten versetzte die untrainierten amerikanischen Truppen in Angst und Schrecken und brachte ihnen große Verluste ein. In der Unabhängigkeitserklärung wurde der Einsatz der Hessen durch die Briten ausdrücklich verurteilt. Ein Sieg der Revolutionäre gegen die britischen und deutschen Streitkräfte schien aussichtslos. Doch 1778 kam es zu einem Wendepunkt. Ein deutscher Soldat von amerikanischer Seite war mitentscheidend für den Ausgang des Krieges der preußische Offizier Friedrich Wilhelm Freiherr von Stäuben. Als er in Amerika ankam, war er schockiert über den Mangel an Disziplin, Hygiene und Kampffähigkeit der Soldaten. Durch intensives Training verwandelte er eine Gruppe von Männern in Soldaten. Im Buch Brothers at Arms steht das folgende dazu. Sie verwandelt sich von einem zusammengewürfelten Haufen von Milizionären in eine professionelle Truppe. Zitat Ende. Während George Washington die Vision vorgab, gab von Stäuben ihnen eine Struktur. Diese Führung, auch wenn sie anfangs hart erschien, fühlte zu siegen auf dem Schlachtfeld. Die Hessen kämpften für Großbritannien gegen Amerika für einen bloßen Gehaltsscheck. Die amerikanischen Soldaten kämpften für größere Ziele. Letztendlich erwies sich die Anwerbung zahlreicher ausländischer Söldner als weniger erfolgreich als die strukturelle Führung durch einen einzigen Offizier. Dieser Vorfall zeigt die Macht einer effektiven Führung. Es zeigt, wie ein Einzelner den Verlauf der Geschichte verändern kann. Es gibt auch einen schönen Einblick in die Zukunft. Die Bibel offenbart, dass eine Welt kommen wird, in die die Nationen lernen werden, zusammenzuarbeiten und ihre besten Talente nicht für den Krieg, sondern für den Frieden zu bündeln. In der Prophezeiung von Jesaja 19 werden Assyrien, das heutige Deutschland, und Israel, die englischsprachigen Völker, zusammenarbeiten und die Welt zum Wohlstand führen. Dieser Artikel stammt aus unserem Magazin, die königliche Vision. Dieses Magazin finden Sie auf unserer Webseite, dieprosaune.de. Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info.at dieprosaune.de schreiben. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist Josef Michels. Bis zum nächsten Mal.